Ja Moin, ich bin der XBK Jungs mit der Back am Start und ihr werdet gleich sehen ein paar Ausraster von Tom von XBK Punch. Ja, das ist die kleine Rache sozusagen, da er uns zwei Stunden lang den TS weggenommen hat. Er meinte ja, es ist nun Spaß, aber ja Tom, wir haben uns natürlich wieder vertragen, aber es gibt immer ein Nachtspiel. Und ja, das ist meine Rache an Tom und Tom, solltest du das Video hier sehen, ja, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Video und dann sage ich nur noch, bewerten und kommentieren, nicht vergessen, ich bin raus, tschö, medö, viel Spaß. Schleichen, 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 Aufnahmen. Ich bin lieber aktiv, ich weiß nicht wieso. Leute, ich bin echt im Arsch. Wunder, älter. Nein, er ist ein besserer Sniper als ich. Jeder ist ein besserer Sniper als du. Ey, so schlecht, ich bin... Nein! Ey, so ein Stück mit dem Scheiß, tu mal auf. Ich muss mich mitmachen. Ich muss mich mitmachen. Ich bin schon schmerzend. Ey, das hat mir noch erst auf Level 49, ich bin fünf. Ich habe einen Wind. Ich wurde getroffen. Nein! Ah! Ah! Nein! 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 Oh mein Gott, scheiße! Nein! Oh mein Gott, please, no! Ich habe keinen anderen Account, der schon weiter ist. Oh mein Gott, der Hacklitz ist wie so ein SG Mist gebohrt. Nein! Du! Digga, was ist denn? Hört ihr los? You're right. Any way. Ich liebe Double Collateral. Collateral. Battlefield, rein. Battlefield, tut mir leid. Ey, Digga, mach doch leise. Timo nervt doch nicht, Digga. Du musst nicht Spaß. Bist du irgendwie ein Spaß oder so? Warum redest du so? Bist du irgendwie so richtig gelähmt? Ey, ich habe ein Bild von deiner Schmeißlocke. Bist du gestört, Tom? Ey, ich sniper jetzt. Ich sniper jetzt. Ich sniper jetzt. Und ich habe RPG dabei. Komm mal mit, Kevin. Ey, Timo. Kevin! Komm mal her. Hi, Kevin. Hi, Pidels. Ich habe das machen. Ich höre dich die ganze Zeit. In meinem Rechts-Ohrhöl. Die Dach-Ohrhöl. Digga, es läm' ich durch den Rauch. Nein, ich schnauze. Tom, bist doch nicht auf Drogen. Er ist auf Speed oder was mit dir los? Ich habe heute zu viel Flüssigkeit verloren. Er hat doch zu viel Gewichsel. Was mit dir los ist? Meine Freunde waren hier. Ich habe zu viel Flüssigkeit verloren. Okay. Ja! 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 Eww! Timo ist cool. Ich bin er ja. Oh nein, bin ich dumm. Ja, ich weiß. Tom, vor dir. Wo ist Kevin? Rechts, Tom. Rechts, Tal. Da, meiner! ja kommt hin auch er er springt ins Fenster rein er wechselt du mit und erhältlich dann muss man dahin gehen wo ich am anfang mal hingehen, das ist gut ja jetzt kann ich alle bauen jetzt sofort runter User Relief Channel started recording jetzt mach ich was jetzt nimm die Beine auf jetzt nimm die Beine auf warte ich werfe eine Rauchgranate, dann sehen die dich nicht ok hey ich hab ein tube nein morgen wieder Tee hier mit Number One und fangen wir mit Nummer 5 an ja ist ein Clip von mir, 7 Mann Feed auf Raid der Modus war Hardcore Herrschaft ja war eigentlich